Nach dem 10- und 12-jährigen Glenn Grant kommen wir nun zum 18-Jährigen. Er hat 43 Volumenprozente und es handelt sich um ein Wedding aus Ex-Bourbon und Hox-Heads. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turntable. Ich mache erstmal die Glenn Grant Abfüllung mit Altersangabe aus dem Standardsortiment. Sprich eben 10er, 12er und den 18er. Danach gehe ich zu der Cask Heaven Abfüllung. Die trägt ja kein Alter, hat dann aber Sherry-Anteil. Und darüber möchte ich dann eben zu der Einzelfassabfüllung von Gordon MacPhail gehen, die ja im Sherry-Bad lag. Das nur kurz zur Erklärung, warum ich praktisch jetzt schon beim 18-Jährigen angelangt bin. Und hier, wie ich es schon im Wedding erwähnt habe, das erste Mal ganz offen hier eine Fassauswahl. Ex-Bourbon und Remade Hox-Heads. Remade, also wenn man es in Übersetzer eingibt, sagt er neu gemacht. Sind es jetzt sozusagen First-Fill-Hox-Heads aus frischen Ex-Bourbon-Barrels, die aus Amerika gekommen sind? So interpretiere ich das. Ich glaube nicht, dass es, also es sind keine aufgearbeiteten Fässer. Das würde man anders, anders nennt. So, wieder ein Liter Flasche. Das finde ich so großartig, kann ich wirklich sagen bei Glenn Grant. Man kriegt so einen 18-Jährigen heute, Juni 2023, in einer Zeit, in der ein 18er irgendwie gefühlsmäßig erst ab 150 Euro anfängt. Pausen angibt sich weiß, aber ein Großteil spielt sich erst ab über 150 Euro ab. Und hier kriege ich die Liter Flasche aktuell für 94,50 Euro für den Liter. Umgerechnet auf 0,7 sind das 66,15 Euro. Also, ich verstehe Leute, die sagen, ich will generell nicht so viel Geld für Whisky ausgeben. Das ist eine Einstellung, kann ich nachvollziehen. Aber wer jetzt hier sagt, Mensch, also 66,15 Euro für einen 18-Jährigen, das ist mir aus Prinzip zu teuer. Da komme ich dann nicht mehr ganz mit. Weil, also viel günstiger geht es eigentlich schon nicht. Okay, wie gesagt, 43 Volumenprozente. Keine Angaben zur Färbung. Der 10er- und 12-Jährige hatte eine Angabe drauf. Ich habe jetzt trotzdem kein Foto gemacht. Sie sind fast gleich dunkel. Der 10er- und 12-Jährige kam mir etwas dunkler vor. Vielleicht habe ich hier wirklich nicht gefärbt. Nach 18 Jahren sollte es auch kein Problem sein. Tja, das noch am Rande. 10er hat mir sehr gut gefallen mit seiner Fruchtnote. Der 12er war schön ausgeglichen. Hat schon gut Alter gezeigt mit den 12 Jahren und mit dem Holzeinfluss. Jetzt bin ich mal hier gespannt. Ich hatte ihn ja schon, aber es ist schon länger her. Ich weiß nur, dass es mir gefallen hatte. Und es ist ja auch so ein kleiner Check nochmal, dass auch die Qualität gleich bleibt. Hoffen wir mal. Eine florale Note, die süßlich wird, die ganz leicht an einen Parfüm erinnert. Oft stört es mich in, oder oft geht das bei mir ein bisschen negativ aus, dass ich diesen Parfümeindruck etwas deplatziert finde. Etwas zu stark. Aber hier ist es nur ganz leicht. Es ist so ein Hauch, ein Hauch von nichts. So, einen leichten Eindruck von Crème Brûlée. Irgendwie die Essenz von einer schönen Vanille-Karamellnote. So nehme ich die gerade wahr. Dazu diese leichte, oder eine stärkere florale Note, die so einen leichten Hang zum Parfüm hat. Mit diesem starken Karamell-Süße, leicht, wie gesagt, karamellisiert das Ganze. Von der Citrusnote, die ich vorher hatte, bei dem 10er und 12er, gerade beim 10er, ist nichts mehr da. Meine Trockenfrüchte-Eindrücke, wie ich sie beim 12er hatte, die machen hier allerdings genauso weiter, wie ich sie vorhin hatte. Nur, dass der vollreife Apfel irgendwie in einen Fruchtkompott übergeht, dass immer noch, dass jetzt keine Trauben, also keine roten Trauben, dunklen Trauben oder irgendwie Kirschen oder sowas enthält, aber süße, helle Früchte. Und das Holz nahm ich beim 12er fast schon stärker wahr. Aber es ist sehr angenehm. Also auch hier, er schmeichelt, er macht der Space-Site alle Ehre. Möchte ich mehr Volumenprozente haben, muss ich gleich nach dem Probieren mich zu äußern, jetzt hier in der Nase überhaupt nicht. Also er ist sehr cremig, er ist sehr, sehr fein, sehr gelassen. Ja, so beschreibe ich ihn mal. Wird der voll im Mund, wird der breit. Ich habe leichte, frische Tabak-Assoziationen. Keine Ahnung, wo die auf einmal wegkommen. Da muss ich gerade so dran denken. Süßes, hellfruchtiges Fruchtkompott. Leicht tropischen Touch da drin. Diese parfümige Note nehme ich jetzt im Geschmack überhaupt nicht wieder, aber auch diese Floraleindrücke. Cremig. Die Eiche, wunderschön, wunderschönes amerikanisches Holz. Ich muss sagen, ich lerne das immer mehr zu schätzen, dieses amerikanische Holz, wenn es wirklich 18, 21 Jahre reift und dann eine schöne, ausgewogene Mischung einbietet. Nicht zu viele Tannine aus First-Fill-Experben, aber auch nicht zu wenig aus irgendwie, oder aber auch nicht zu viel aus Viert-Fünf-Befüllten, dass es so bitter wird. Sondern hier gleitet es so dahin. Ich meine, diese malzige Note, die der 12er hatte, habe ich in dem Sinne nicht mehr in der Intensität. Der ist einfach, einfach fein. Also, mir fällt ein, ich hatte einen Glenmory 18, meine ich letztens. Der hatte immer noch so ein bisschen, hm, ja, hm. Ich hatte noch Lomond, 21 Jahre, der eher auf der Ex-Burban-Seite gelagert war. Aber, ah, was hatte ich, was hatte ich noch? Ich hatte so viele, wo man immer sagte, da könnte man noch so ein wenig. Und hier habe ich bei den Glenn Grant wirklich diesen Punkt. Klar, man könnte ihn anders ausbauen, mit anderen Fassarten. Aber hier, ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen soll, was da jetzt irgendwie deplatziert ist oder was ihm total fehlt. Er ist sehr schön rund, abgerundet, vermittelt auch diesen Eindruck anhand schon dieses vollen Fruchtkompotts von Wärme, von Süße. Diese Eiche baut sich wunderbar auf, über das Fruchtkompott hinaus, wenn das so langsam verschwindet. Und da meine ich dann auch noch beim Verschwinden so leichte Citrusnoten zu merken, die dann umübergehen in diese Vanille-Karamell-Note, die sich mit diesem Holz weiterhin vereint, verstärkt. Und dann habe ich leichten Speichelfluss, cremige Noten und das Ganze läuft aus. Was ist das Tolle am 18-jährigen Malt? Diese Gelassenheit, würde ich sagen. Dieses, wir gehen das Ganze mal locker an, wir gehen einfach auf Genuss. So ist hier auf jeden Fall der Glen Grant ausgelegt. Wunderbar. Also auf meiner Peterson-Cruso-Insel, ich würde den 18er versuchen zu greifen, wenn es mich den Hals kosten würde. 10er, 12er, wenn ich sie angespült bekommen würde, alles wunderbar. Die 1-Liter-Flaschen wären natürlich von mir bevorzugt. Aber der 18er, das wäre die Krönung. Das. Ich habe keinen Sherry, ich habe hier keine wilden Experimente. Oft sind die 18er ja dann eh nur nochmal gefinisht. Was hatte ich zuletzt alles von Royal Brackler, 18 Jahre, Pablo Cortado-Finish, was wirklich mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Ist aber ein anderes Thema. Aber hey, wenn ihr doch eine solide Fassauswahl habt, traut euch doch mal, das laufen zu lassen. Ja, diese Malls führen ein Mauerblümchen-Dasein. Aber das ist für mich... Das ist für mich gut. Ich glaube, die haben noch ein 21er mittlerweile rausgebracht. Dann den muss ich unbedingt mal ran. Royal Brackler hatte auch eine 21er, war auch ein Finish. Das fand ich grandios. Das nur am Rande. Nicht, dass ihr denkt, ich will alles irgendwie andere, was ein Finish hat, schlecht machen. Und hier genieße ich jetzt. Was ich in meinem ersten Video sagte, ich wollte unbedingt mal wieder Glenn Grant probieren. Aber da ich neben der Kamera gar nicht so viel Whisky aktuell trinke, da habe ich mir gedacht, hey, das Vergnügen, das hole ich mir doch hier vor die Kamera. Ich meine, nicht, dass das andere Arbeit ist, aber heute habe ich echt Spaß. Das muss ich sagen. Passt auch wunderbar. Also diesen 18er kann man auch bei höheren Temperaturen trinken. Und hier kommt dann nochmal so ein älterer Touch rüber. Ich habe eine leichte, jetzt beim dritten Schluck so eine leichte Leder-Assoziation, was man eher vom Sherry her kennt. Geh mal eben rückwärts. Hier habe ich den 12er noch. Der haut viel mehr vom Holz rein. Das Holz ist noch gar nicht so abgerundet. Sonst in Ordnung. Ach Gott, der verläuft im Mund. Das ist in dem Sinne Whisky trinken, genießen, was ich hier gar nicht vor der Kamera so komplett ausleben kann. Aber wo man sich jetzt einfach nochmal mit einem guten Buch zurücklehnt, wo man einfach nur von seiner Veranda aus in die Perrierie guckt. Und das Leben genießt. Und das Leben genießt. Wunderbar. Also der hat einen tollen Abgang in der Hinsicht, dass der jetzt nicht wie Wilde reinhaut, sondern der entwickelt sich. Eigentlich wollte ich einen Schluck vom Zwölfer nehmen, aber ich empfinde. Ich hatte eben was von einer leichten Citrusnote erzählt. Durch dieses viele kräftige, süße, Fruchtkompottartige habe ich jetzt eine leichte Orange. Das nochmal so am Rande. Schärfer, wie erkläre ich es. Die Eiche haut irgendwie mehr rein. Ich habe das nicht bei allen 18er, also versteht mich das nicht falsch, dass die Eiche immer abgerundeter wird. Aber Glenn Grant kriegt das hin. Schöne Auswahl. Manche 18er oder 21er verwandeln sich ja auch ab und zu mal zu viel Eiche. Ich bin ein Glenn Farkless Fanboy, wisst ihr. Aber ab und zu hat man bei Glenn Farkless das Problem, dass man eine Menge, Menge Eiche kriegt, je älter die Dinger werden. Der 21-Jährige, manche Batsche sind da ja berühmt berüchtigt für. So, und jetzt nochmal den 10er. Ein fruchtiger Eindruck, ein frischer, fruchtiger Eindruck. Mir gefallen alle drei, wie gesagt, wirklich, wirklich gut. Jeder hat irgendwo seine Berechtigung. Die 10er wirklich für ein Tasting ganz am Anfang, auch mit Einsteigern oder wenn man mal mit jemandem einen Whisky trinkt, der noch wenig Erfahrung hat, würde ich eher anstelle des 12ers den 10er nehmen. Wenn jemand schon etwas mehr Erfahrung hat, das hängt dann vom Geldbeutel ab, würde ich ja fast ihm den 18er zeigen, weil der echt beeindruckend ist. Und der 12er ist grundsolide. Und gefällt mir, wie gesagt, wesentlich besser, der 12er mit 43 Prozent, als diese Abfüllung, die es gab oder vielleicht immer noch gibt mit 48. Gut, ich freue mich auf, gleich machen wir ja den Knick, also ich mache den erst in ein paar Tagen, ich mache jetzt nochmal Pause, den Knick Richtung Sherry zu dem Einzelfass von Gordon McPhail. Und vorher, wie gesagt, dieses Wetting Sherry Ex-Bourbon. Es gibt auch noch einen 15er, den hatte ich mal, den hatte ich auch schon, da gibt es auch ein Video von. Ich glaube, den hatte ich aber nur als Sample irgendwie mal zugeschickt bekommen. Okay, ja, wenn ihr noch mehr Glenn Grant mit Sherry oder dann mit dem Sherry Einfluss sehen wollt, schaut wieder vorbei. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.